Ganz herzliche Grüße aus dem Hypnose-Studio, deiner Hypnose-Praxis online. Ralf Lederer hier. Heute, wie du es von mir kennst, mit einer Videoantwort wieder mal, aber mit einem Thema, das ich so glaube ich noch gar nicht besprochen habe und mit einer sehr interessanten E-Mail von einem Kunden. Diesmal war es ein Mann, der mich angeschrieben hat und zwar mit der folgenden E-Mail, die ich jetzt erstmal komplett vorlese und dann im Einzelnen auseinandernehme und das Ganze öffentlich mache für all jene Leute, die sich generell für das Abnehmen mit Hypnose interessieren, Interessenten meines Sechs-Wochen-Programms zum Abnehmen mit echter Hypnose von zu Hause aus oder sogar schon bestehenden Kundinnen und Kunden meines Programms. Los geht's direkt nach dem Intro. Ich lese dann zunächst einmal die komplette E-Mail vor. Guten Morgen, lieber Ralf. Ich hoffe, dass du es in Ordnung hast, da du es ja auch bewusst verwendest. Ich habe mir dein Programm vergangene Woche gekauft. Es ist alles unwahrscheinlich spannend und hört sich zu gut an, als dass ich davon so richtig und zu 100% glauben kann. Ich will es aber unbedingt versuchen und vertraue dir. Nun sprichst du die Einleitung beim Magenballon so ein, dass ich bei den Versionen 1 und der Version 2 immer einschlafe. Wenn das nicht passiert, werde ich ständig aus der Sitzung gezogen, weil hier etwas juckt, da die Bekleidung ungemütlich ist und irgendwie schaffe ich es nicht, über die ersten 20 Minuten hinaus. Was kann ich machen? Ich habe immer das Gefühl, dass ich deinen Anweisungen so folge, dass ich wach bleiben muss. Mehr als die Daumen-Zeige-Finger-Anweisungen habe ich bisher nicht bewusst wahrgenommen. Oder ist das so richtig? Ich bin unglaublich gespannt auf deine Antwort. Deine Sprecherstimme ist übrigens echt sehr angenehm. Ich selber benutze diese beruflich, habe ein wenig deinen Rhythmus übernommen und habe das Gefühl, ich erreiche meine gestressten Kunden irgendwie besser. Kann ich nicht genau erklären, aber ich spiegel häufig Sprechweisen und Arten zu sprechen, die mir gefallen. Und dann der Name, den ich natürlich jetzt hier offiziell verschweige. Das Ganze soll anonym sein. Jetzt im Folgenden die E-Mail mit meinen Kommentaren dazu. Ich habe mir dein Programm vergangene Woche gekauft und höre seitdem täglich ein bis zwei Folgen deines Podcasts. Also bis hierhin grundsätzlich toll, das Ganze zu verbinden. Wirklich super. Es gibt Menschen, die hören erstmal den kompletten Podcast, bevor sie dann zum Beispiel Kunden des Sechs-Wochen-Programms werden. Es gibt aber auch Leute, die hören eine Episode und sagen, nee, das muss ich unbedingt ausprobieren. Und in diesem Fall, wie du zum Beispiel auch, du hast ja wahrscheinlich schon einige Folgen hier meines Podcasts gehört, ist es auch ratsam, sich den Rest anzuhören. Das, was wichtig ist und was man wissen muss, das erkläre ich natürlich auch im Sechs-Wochen-Programm separat. Da gibt es eine eigene Rubrik für Fragen und Antworten. Aber es ist mit Sicherheit eine tolle Nummer, das parallel laufen zu lassen und auch die anderen Podcast-Episoden hier simultan zu hören, um einfach auch gedanklich und energetisch einfach im Thema zu bleiben. Ja, das zeugt von ich will. Finde ich toll. Weiter geht's. Es ist alles unwahrscheinlich spannend und hört sich zu gut an, als dass ich daran richtig und zu 100% glauben kann. Ja, es ist nicht umsonst mein Beruf, sage ich jetzt mal. Ich habe ja schon oft genug in meinem Podcast darüber gesprochen, von Momenten, wo ich als Hypnotiseur erstmal selber davon überzeugt wurde, wie intensiv Hypnose auf Emotionen wirken kann. Kurz erwähnt das Beispiel von der Dame, dessen Namen ich falsch ausgesprochen habe, auf einer Bühnenpräsentation und die mich da sprichwörtlich fast umbringen wollte, weil sie eben auf meine Suggestion reagiert hat, dass sie unheimlich wütend wird, wenn ich diesen Namen falsch ausspreche. Das war aber wirklich nur eine Situation von ganz vielen und das Thema ist einfach spannend. Und natürlich hört sich das zu gut an, wenn da jemand daherkommt und sagt, hey, weißt du was, mit Hypnose kann es sein, dass du von heute auf morgen per Fingerschnipp anders tickst, dich anders verhältst. Aber das ist nun mal so. Nicht in jedem Fall, und das sage ich auch immer wieder. Jemand, der mit Hypnose ein Erfolgsversprechen gibt oder sagt, zu 99,9% wirst du Nichtraucher oder Abnehmen oder was auch immer, dem würde ich nicht vertrauen. Man muss ganz klar sagen, Hypnose ist ein super effektives, wenn nicht sogar das effektivste Mittel, um als Kurzzeittherapie Veränderungen zu erreichen. Therapie hier in Anführungsstrichen, je nachdem, ob das Ganze therapeutisch, medizinisch genutzt wird oder eben präventiv, wie in der Gewichtsreduktion zum Beispiel, ja als Wellnessanwendung sozusagen. Aber es ist wirklich so, aus meiner Erfahrung spiegelt sich das wieder, wenn du in der Lage bist, dich auf meine Worte einzulassen, die Hypnose zu erreichen, dann meine Suggestionen annimmst, also unbewusst darauf reagierst, weil es eben dein bewusstes Ziel ist, abzunehmen. Und weil meine Worte in Hypnose deinem Ziel dienlich sind, gibt es, wie ich immer wieder sage, drei Möglichkeiten aus meiner Erfahrung rausgesprochen. Möglichkeit Nummer eins ist ein leichter Rückenwind. Ja, es fällt dir leichter als vorher. Möglichkeit Nummer zwei ist ein starker Rückenwind. Du merkst wirklich, boah, irgendwie läuft es jetzt. Und Möglichkeit Nummer drei ist, du veränderst dich auf Knopfdruck. Hiermit möchte ich nochmal zum Beispiel Heike mit 45 Kilo Gewichtsreduktion nennen. Das ist für mich heute immer noch der Burner einfach. Natürlich war das auch nicht von heute auf morgen 45 Kilo. Heike hat also mein Programm schlichtweg öfter und auch durchgehört. 45 Kilo sind echt eine Nummer. Das geht auch nicht in sechs Wochen. Das muss man ganz klar sagen. Ist auch, glaube ich, selbsterklärend. Aber sowas funktioniert. Man kann auch mit Hypnose von heute auf morgen direkt zu einem anderen Menschen werden, sodass die umstehenden Leute sagen, was ist mit dem los? Der war gestern noch ganz anders. Beim Abnehmen so, dass du von heute auf morgen auf einmal nicht mehr den Döner mit der Pommes zusammen isst und der Ziki-Soße obendrauf, sondern eben von heute auf morgen da in deinem Büro mit einem selbstgekochten Low-Carb-Gericht sitzt oder was auch immer. Solche Dinge, die dann auf einmal von selbst funktionieren. Die Abneigung gegen Süßigkeiten, anderes Einkaufsverhalten, was dann dem Ehemann auffällt. Wo sind denn heute deine Pralinen oder wo sind deine Kekse hin? Und du sagst dann, oh, habe ich ganz vergessen. Das ist der Optimalfall. Den wollen wir erreichen. Und natürlich hört sich das zu gut an. Und deswegen hier ganz einfach der Disclaimer meinerseits und auch die ehrliche Aussage, das ist der Optimalfall. Der muss nicht immer so passieren. Aber aus meiner Erfahrung heraus auch, wie gesagt, wenn du mir zuhörst, die Hypnose erreichst, meine Worte deinen Wünschen dienlich sind, wird zumindest ein leichter Rückenwind für dich zu erwarten sein. Alles andere würde bedeuten, dass du entweder nicht in die Hypnose gehst, was rein psychologisch möglich wäre, aber unwahrscheinlich ist, weil die Hypnose ein natürlicher Zustand ist. Alles erklärt im Sechs-Wochen-Programm. Oder weil ich Dinge erzähle, die dir nicht gefallen. Wenn ich dir sage, du wirst von heute auf morgen nie wieder etwas essen, was dir schmeckt. Und nie wieder wirst du all die Dinge essen, die dir in deiner Kindheit Liebe und Geborgenheit gegeben haben, weil du sie zu Weihnachten gegessen hast. Und das leckere Essen bei deiner Großmutter ist so schlecht für dich. Dann wirst du sofort den Rapport zu mir abreißen und sagen, nein, das will ich nicht. Das ist die blanke Horrorvorstellung. Ich möchte abnehmen. Ich möchte nicht von heute auf morgen meine Vergangenheit aus dem Leben streichen. Wenn ich dir aber Dinge sage, die dir dazu verhelfen, dein Optimalgewicht zu erreichen und deinem Unterbewusstsein Vorschläge mache, diese Dinge so umzusetzen, dass du trotzdem genießen darfst, dass du dich auf die Verbesserung deiner Lebensqualität durch die Gewichtsreduktion konzentrierst, dann ist das eine völlig andere Sache. Und ja, es hört sich zu gut an, aber es ist nun mal einfach auch Tatsache, dass sowas möglich ist. Der Nachsatz von dir hier in der E-Mail war aber auch, ich will es aber unbedingt versuchen und vertraue dir. Hier müssen wir vorsichtig sein. Warum? Der Satz, ich vertraue dir, könnte nämlich zwei Dinge meiner Auffassung nach bedeuten. Zum einen vertraue ich dir, dass das, was du sagst, wahr ist und dass ich wirklich abnehme. Oder aber auch, ich vertraue dir, dass du gute Arbeit leistest, nach bestem Wissen und Gewissen die Hypnosen produziert hast und ich mich blind links darauf einlassen darf. Und genau diese zweite Nummer, darum bitte ich auch, mir zu vertrauen. Denn ich werde dir nicht garantieren, dass du an Gewicht verlierst. Aber ich garantiere dir, dass dieses Programm aus über, mittlerweile zwölf Jahren fast, Arbeit in der Gewichtsreduktion basiert. Zusammengefasst, alle suggestiven, relevanten Hypnose-Methoden, Metaphern, Hypnose-Induktion beinhaltet, die es weltweit gibt, die im Einsatz sind und das Ganze zusammengefasst zu einem wirklich geballten, hocheffektiven 6-Wochen-Programm zum Abnehmen. Diesbezüglich darfst du mir gerne zu 100% vertrauen. Weiter geht's in der E-Mail. Nun sprichst du die Einleitung beim Magenballon, das ist übrigens Woche 1 hier bemerkt, für alle, die es nicht wissen, so ein, dass ich bei den Versionen 1 und Versionen 2 immer einschlafe. Wenn das nicht passiert, werde ich ständig aus der Sitzung gezogen, weil irgendetwas juckt oder die Bekleidung ungemütlich ist und irgendwie schaffe ich es nicht über die ersten 20 Minuten heraus. Ganz spannende Geschichte. Zum Thema Einschlafen habe ich schon einiges erzählt. Ich glaube auch hier im Podcast müsste das schon vorgekommen sein, denn Schlaf und Hypnose sind zwei unterschiedliche Dinge und deswegen möchte ich da trotzdem nochmal drauf eingehen, weil es halt so wichtig ist. Also, du hast das Gefühl einzuschlafen. Ob du schläfst, wage ich jetzt mal zu behaupten, weißt du nicht. Es gibt kein hypnotisches Gefühl und es gibt Menschen, die in einem sogenannten Somnambulismus zum Beispiel sind, in einer tiefen Hypnose, dann zum Beispiel bei der Ausleitung die Augen öffnen, als hätten sie die ganze Zeit bewusst zugehört haben. Also wirklich bei der Zahl 5, wenn ich sage Augen auf, machen sie dann die Augen auf und sagen, hä, was war denn jetzt los? Ich habe den Mittelteil überhaupt nicht mitbekommen, ich habe geschlafen. Aber diese Menschen waren dann unter Umständen im Somnambulismus, in einer tiefen Hypnose, in Verbindung mit einer kurzzeitigen Gedächtnislücke, so dass man sich bewusst eben nicht mehr an das Gesagte erinnert, an den Ablauf. Sie haben aber nicht geschlafen. Ob du jetzt im Somnambulismus warst oder wirklich geschlafen hast, kannst weder du noch ich jetzt erstmal definieren, weil du natürlich nicht, weil du es nicht einschätzen kannst, aufgrund deiner Person halt in Hypnose. Du warst ja schließlich dann gegebenenfalls im Somnambulismus und kannst das aufgrund dessen nicht unterscheiden. und ich kann das nicht einschätzen, weil ich nicht an dir, mit dir gearbeitet habe. Und das ist zum Beispiel ein Nachteil bei einem Hypnoseprogramm auf die Distanz, neben den vielen Vorteilen, die meiner Meinung nach deutlich überwiegen, dass ich eben nicht mit dir die sechs Wochen zusammenarbeite, dich nicht in Hypnose beobachten kann, Tests machen kann, während der Hypnose sozusagen, dich im Zustand der Hypnose dann kontrollieren kann, wie du reagierst und so weiter. Aber dafür kostet das sechs Wochenprogramm auch keine sechs, siebenhundert Euro. Ja, und da muss man halt mit leben, dass man dann halt bei solchen Fragen, die man sich stellt, habe ich jetzt geschlafen oder nicht, dass man da eben hier auf meine Audios zurückgreifen muss und halt meine pauschale Antwort hier erstmal so aufnehmen muss. Und das denke ich aber ist durchaus in Ordnung. Also wisse einfach für dich, ob du im Somnambulismus warst oder geschlafen hast, wirst du spätestens dann einschätzen können, wenn du auch mal in die Woche zwei, drei, vier, fünf, sechs gehst. Denn du hast gerade nur den Magenballon angesprochen. Magenballon ist Woche eins. Das lässt mich vermuten, dass du erst in der ersten Woche des Programms bist. Und hier solltest du dir zumindest in Sachen Erfolg noch keine Einschätzung erlauben. Das sechs Wochen Programm ist so aufgebaut, dass du jede Woche ein anderes Thema behandelst, welches für sich alleine schon hocheffektiv und verändernd wirken kann. Aber es ist eben ein Konzept. Deswegen bitte ich dich, dass du im Programm dir mal die Fragen und Antworten durchschaust. Denn dort habe ich zwei Episoden hochgeladen, die sich um das Thema Einschlafen handeln und die dir einen Lösungsvorschlag anbieten. Und darüber hinaus hier einfach ein bisschen entspannter zu werden und zu sagen, ich lasse es einfach mal so stehen, wie es ist. Denn wenn du diesen Anweisungen folgst, weißt du, wie du dem Einschlafen entgegenwirken kannst. Jetzt hast du gleichzeitig gesagt, wenn das nicht der Fall ist, also wenn du nicht einschläfst, dann juckt irgendwas oder die Bekleidung ist zu eng. Auch hier, wenn es mal juckt, darfst du gerne kratzen. Überhaupt kein Problem. Hypnose bedeutet unter anderem Entspannung, aber muss keine Entspannung sein. Siehe Bühnenpräsentationen, wo Menschen in tiefster Hypnose, aber mit geöffneten Augen stehen, teilweise sogar tanzen, ja, und wirklich körperlich aktiv sind, siehe aktiv Wachhypnose, auch noch so ein Thema aus der Sporthypnose zum Beispiel, wo man mit aktiv Wachhypnose arbeitet. Du bist also weder bewusstlos, noch bist du dazu genötigt, wie eine Statue, wie eine Wachsfigur eingefroren, wie auch immer dazu liegen. Du darfst dich generell kratzen und ein Juckreiz auf der Haut zeugt auch von Trance. Ganz wichtig für dich vielleicht zu wissen. Wenn du einen erhöhten Juckreiz auf der Haut spürst, dann ist das die einsetzende Trance. Speichelfluss, Tränenfluss kann auch ein Zeichen von Trance sein. Mir persönlich tränen immer die Augen. Nach jeder Hypnose wache ich auf und sehe aus, als wenn ich drei Wochen durchgeheult hätte. Das ist bei mir persönlich der Fall. Bei anderen juckt es dann halt mal oder der Schluckreflex, der setzt halt ein. Der Speichelfluss ist verstärkt. Ganz oft ein Magengrummeln. Der Magen ist das Erste, was bei vielen Menschen reagiert. Auf Entspannung sowie auch auf Stress wirst du vielleicht bei dir selbst erkennen, wenn du mal Stress hast, dass du dann Magenbeschwerden bekommst oder eben diese nachlassen, wenn du dich ein bisschen mehr entspannst. Hier diesbezüglich also auch lass jucken, gar kein Problem. In puncto Bekleidung kannst du dich vorbereiten. Du musst nicht mit Jeanshose die Hypnose zum Beispiel durchlaufen oder mit Krawatte oder sonst irgendwas. Bereite dich bei der Hypnose darauf vor, dass du eine bequeme Kleidung anhast, Pyjama, was auch immer und damit kannst du das Thema Bekleidung natürlich auch ganz einfach umgehen. Du schreibst, ich schaffe es nicht über die ersten 20 Minuten. Nimm bitte etwas Druck raus. Ganz viele Menschen machen sich hier extrem viel Druck und sagen, boah, ich habe jetzt sechs Wochen, jede Woche muss so sitzen, jede Hypnose muss so perfekt sein, dass sich bei mir etwas tut. Die Wahrheit ist aber, dass es genau andersrum ist. Je mehr du loslässt und das Problem deinem Inneren, deinem Unterbewusstsein überlässt, umso mehr bewussten Anteil nimmst du raus und umso mehr kannst du dich unbewusst auf meine Worte einlassen, sodass Dinge, von denen du dachtest, sie seien schwer, auf einmal vollkommen einfach werden können. Ich liebe einfach diesen Satz, weil er so, so, so toll, er einfach zutreffend ist. Nimm den Druck raus und auch alle anderen, die sich mit Hypnose befassen, gleich zu welchem Thema, nehmt den Druck raus. Gebt der Hypnose den Stellenwert, den sie hat. Aber dieser Stellenwert ist gleichzusetzen mit einer Gelassenheit. Wir sind das nicht gewohnt in so einem Alltag. Wir sind gewohnt, dass wir geprügelt werden, du musst lernen, ja, Kinder müssen in der Schule schon lernen und sich bemühen und anstrecken, damit sie dann in ihrer Deutscharbeit eine gute Note haben. Und im Sportunterricht musst du dann dich anstrengen, damit du noch zwei Zentimeter im Weitsprung weiterspringst. Generell ist alles auf Leistung ausgelegt. Und genau das ist bei Hypnose nicht der Fall. In der Hypnose ist der Einzige, der Leistung bringen muss, der Hypnotiseur. Der Hypnotisant, derjenige, der sich hypnotisieren lässt, muss sich lediglich auf die Worte einlassen können, insofern, dass er einfach so gut mitmacht, wie er kann. Das war's. Und das ist auch das Tolle daran. Erfolge erreichen ohne Anstrengung, um unbewusst Gefühle und Handelsweisen zu verändern, die dich zu deinem Ziel bringen. Also, fantastisch. Mehr kann man dazu nicht sagen. Weiter geht's mit der E-Mail. Wir sind gleich durch. Was kann ich machen? Habe ich gerade schon so weit drauf geantwortet. Ich habe immer das Gefühl, dass ich deinen Anweisungen so folge, dass ich wach bleiben muss. Genau. Und das ist halt wieder dieser Druck. Leg dieses Gefühl beiseite. Tu einfach so, als ob du nicht wach bleiben musst und überlasse es deinem Inneren und denke daran, dass das Gefühl zu schlafen auch der Somnambulismus sein kann und die damit verbundene eventuelle Gedächtnislücke für die Zeit, wo du dann da liegst. Und vor allen Dingen schau dir meine Episoden in der Fragen-Antworten- Rubrik an in meinem Backoffice vom Sechs-Wochen-Programm zum Abnehmen. Ja, dann war die Zeit. Ach ja, genau, genau. Da war jetzt noch was, nämlich mehr als die Daumen-Zeige-Finger-Anweisung habe ich bisher nicht bewusst wahrgenommen. So, das ist einfach hier ein Teil. Es gibt zum Programm, zum Sechs-Wochen- Programm aktuell noch ein Zusatzangebot, was angezeigt wird nach dem Kauf. Dort geht es um eine ganz tolle Selbsthypnose-Trainings-MP3 sozusagen, also eine komplette Hypnose mit Anleitung zur Selbsthypnose, wo praktisch die Selbsthypnose in Hypnose etabliert wird. Sozusagen nochmal als Booster und Verstärker, als Vereinfacher in die Trance zu gehen, ganz platt ausgedrückt, umgangssprachlich ausgedrückt. Und das ist dann hier halt mit dem Daumen-Zeige-Finger gemeint. Also das ist nicht Teil der eigentlichen Sechs-Wochen-Hypnose zum Abnehmen, sondern hier geht es um das Zusatzprodukt, was dann wahrscheinlich von dir auch mit erworben wurde und was durchaus empfehlenswert ist. Denn durch dieses Ritual Zusammenfügen von Daumen und Zeigefinger bist du dann, wenn du die Selbsthypnose auf diese Weise etabliert hast, in der Lage schon in eine Vorhypnose zu gehen, bevor ich überhaupt mit der Hypnose-Einleitung beginne. Und so reicht es oft schon aus, dass man zum Beispiel im Sechs-Wochen-Programm die verkürzte Hypnose-Einleitung nutzt. Muss nicht, aber kann. Du kannst auch die normale Anleitung natürlich nehmen. Da ist dein Gefühl gefragt. Ich bin unglaublich gespannt auf deine Antwort, hast du geschrieben. Ja, dafür mache ich mir auch gerne die Mühe, dir hier sprachlich zu antworten. Und zu guter Letzt hast du mich noch gelobt, das möchte ich natürlich auch noch hier ganz schnell mit aufführen. Und zwar insofern, dass du geschrieben hast, deine Sprecherstimme ist übrigens echt sehr angenehm. Ich selber bin Verkäufer und habe ein wenig deinen Rhythmus übernommen und habe das Gefühl, ich erreiche, meine gestressten Kunden irgendwie besser. Kann ich nicht genau erklären, aber ich spiegel häufig Sprechweisen und Arten zu sprechen, die mir gefallen. Ja, finde ich doch klasse. Also wenn das noch so ein Zeiteffekt ist. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören. Solltest du das Sechs-Wochen-Programm zum Abnehmen mit echter Hypnose von mir noch nicht kennen und einfach so zugehört haben, kannst du das finden auf www.ralflederer.com alles zusammengeschrieben oder du klickst einfach auf den Link in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf Lederer aus der Hypnose-Praxis online.